Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Kein Mann! Was? 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 Was ist das denn? Du musst aufstehen! Wie spät haben wir das? Was ist das denn? 3 Uhr nachts! Was? Warum? Warum? Was ist denn passiert? Ich hab grad Ember Lumen von dem Film Elementar gefunden! Warte, was? Was? Du hast Ember Lumen aus dem Film von dem Film Elementar gesehen? Genau! Den Typen! Um 3 Uhr nachts? Ja! Echt jetzt? Also, es ist nicht verstellbar, aber ich hab's! Die kleine Flamme und der Regentropfen. Ember Lumen aus dem Film... Warte mal, weißt du was das bedeutet? Ey, lass uns dich doch mit der Drohne überwachen! Ja! Ey, Freunde, Mann! Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mit Rosa und Hoodlucky Ember Lumen aus dem Film Elementar zaubern! Genau! Los geht's! Sollen wir keine Zeit verschwenden, oder? Hier ist die Drohne und wir werden heute mit euch um 3 Uhr nachts Ember Lumen aus dem Film Elemental, also Elemental suchen und finden. Lassen Sie die Drohne stammen! Wait a second! Was ist denn? Eine Sache muss ich dir aber noch beichten! Was denn, Ferry? Ich hab auch noch Wade gesehen von dem Film Elemental! Was? Du hast auch noch Wade gesehen aus dem Film Elemental? Das kann doch nicht sein! Doch! Beide! Alter, Leute, Mann! Es kann jetzt gut sein, dass wir jetzt Ember Lumen und Wade aus dem Film Elemental, also Elemental, sehen, oder was? Genau! Das ist so! Alter, Leute! Ich würde sagen, wir jetzt verschwenden keine Zeit! Ihr lasst einen dicken Like, abonniert diesen Kanal für Ferry, Leute! Ja! Und lasst ein Abo da, denn abonnieren ist komplett kostenlos! Lassen Sie ein Like! Und du bist dir sicher, Ferry, dass du die hier irgendwo gesehen hast? Ja! Ganz bestimmt! Ich hab sie irgendwo gesehen, aber wir müssen sie noch suchen! Leute, und aus diesem Grund, lasst ihr mal einen fetten Abo da und Like dieses Video für Ferry und mich, Leute! Aber... Nicht vergessen! Guck mal, hier unten stehen BMW Autos oder was? Oh mein Gott! BMW Autos sind die besten Autos! Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr BMW oder Mercedes mehr möchtet! Oh mein Gott! Ich bin eher ein Mercedes-Fan, weil wir aus Stuttgart kommen! Du bist BMW-Fan? Ja! Okay, das machen wir jetzt aber auch coole Autos! Wir suchen jetzt aber Ember! Ihr wisst, wie Ember aussieht! Ember ist eine Flamme! Die sieht aus wie Feuer! Das ist... Wow! Heftig! Fahr mal dorthin! Da, da! Okay, ich flieg da hin, Leute! Ganz langsam! Ich will nämlich nicht die Drohne crashen! Die haben schon so oft gecrasht! Ja, das ist... Wow! Flexi würde nicht kleiner schlagen! Aber hier ist nichts! Ich seh dir ganz sicher! Ich seh niemanden, Mann! Siehst du was? Nein! Okay, Leute, man! Schaltet auf gar keinen Fall ab! Wir suchen Ember und Wade! Am Ende werden wir sie beide finden! Ich hoffe es doch, Mann! Leute, Leute, Leute! Guck mal, das war so dunkel! Das Gute ist, Ember ist ein Feuer! Wie aus dem Feuerzeug! Das heißt, wir müssten sie eigentlich sehen! Eine Flamme in der Dunkelheit gibt Licht, Freunde! Das ist beste Qualität! Oh mein Gott! 4K, du hast recht! Schau dir das mal an, wie viel Nebel hier in dieser Stadt ist! Wow! Das sieht doch aus wie Ember, oder? Das Feuer in der Mitte! Freunde, ihr seht, die Straßenbeleuchtung sieht aus wie Ember! Oh mein Gott! OMG! Er sieht aus wie ein Feuer! Trotz, dass wir eine Brille tragen, müssen wir sie irgendwie finden! Du hast recht! Oh mein Gott! Siehst du das Auto da unten? Ja! Oh mein Gott! Was ist, wenn der Ember... Oh mein Gott! Leute, das schauen wir uns direkt... Lass es mal verfolgen und schauen, was da passiert! Ich flieg näher! Vielleicht finden wir was! Das ist auf jeden Fall ein Audi-Fahrer! Aber man sieht nicht, sie scheiß beschlägen! Mein Gott, da sitzt jemand drin, denkst du, das ist Ember & Wade? Das kann leicht sein! Aber ich bin mir nicht ganz sicher! Schau mal, da spielt jemand mit dem Handy! Aber ich glaube nicht, dass es Ember & Wade sind! Nein, die haben doch nicht solche Hände! Ja, nein, die haben sie echt nicht, Mann! Das ist Feuer und Flamme! Mit Wasser! Wade ist nämlich so ein Wassertropfen! Aus dem Film Elemental, Leute! Drohnen überwacht! Ember & Wade aus dem Film Elemental, Mann! Wie krass ist das? Aber Ferry, Mann! Ich sehe hier niemanden! Ich bin auch so wenig! Wir fliegen mal weiter! Schau mal da hinten! Das ist irgendwie so eine Zug-Tankstelle! Siehst du das? Vielleicht hat er sich irgendwo da versteckt! Okay, sollen wir da... Boah, schau dir das mal an! Die ganze Stadt sieht aus, als würde es brennen da hinten! Freunde, ich tu mal näher! Schau dir das an! Leute, jetzt seht ihr das! Das ist... Oh mein Gott! Heftig, Mann, Leute! Wie krank ist das? Stell dir vor, da ist wirklich etwas! Das kann nicht sein, Leute, Mann! Das wäre viel zu heftig! Wir fliegen da nicht hin, Mann! Das ist zu gefährlich! Wir suchen jetzt lieber mal hier bei uns in der Nähe! Weil du hast ja gesagt, die machen hier irgendwo in der Nähe! Ja, die waren auch hier! Und vielen Dank, dass du mich um 3 Uhr nachts aufgeweckt hast, Mann! Ich bin immer noch ein bisschen müde, Freunde! Aber, Mann, wir machen das für euch! The Fairy hat Ember & Wade aus dem Film Elemental gesehen! Ich kann es nicht fassen! Leute, das ist so krank! Schau mal! Stell dich mal vor, ihr seht sie! Alter, dann müsst ihr auf jeden Fall zu uns kommen! Wir suchen sie mit der Drohne! Schau mal, hier ist ein Gastanker! Ihr wisst doch, so Feuer, Benzin brennt! Ich flieg mal näher, hier an der Telefonzelle! Ich glaube, jetzt sind sie irgendwo da! Meinst du, ne? Ich seh noch niemanden! Leute, wenn ihr jemanden seht, lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren! Wir sind ganz wichtig! Läuft da nicht gerade jemand? Warte mal, ne! Ich seh niemanden! Ich flieg mal ein bisschen... AHHHHH! Das ist Ember! Ember Lumen! Du hattest zu Recht, Ferry! Was geht's hier ab, Mann? Ember Lumen! Sie war hier! Ich kann es nicht fassen! OMG! OMG! Was ist hier los? Aber... Warte mal, sie ist weg! Ist einfach abgehauen! Hä? Die Flamme ist ausgegangen! Wie geht das? Alter, ihr habt es doch gerade gesehen! Freunde, ihr seid Zeugen, Ferry! Wir haben es beide gesehen! Ja! Da war doch gerade Ember Lumen! Oh mein Gott, Leute! Ey, ich hab Gänsehaut! Schaut euch das mal an! Das ist viel zu gruselig! Und das um 3 Uhr Nacht! Ihr seht, das ist alles komplett dunkel! Schau mal, vielleicht versteckt sie sich hier! Alter, was? Das sind Gasflaschen! Feuer und Gas ist keine gute Kombination! Nein, nein, nein! Es geht nie gut aus, ey! Das weißt du! Das wär auch viel zu krass! Wenn da Ember Lumen zwischen die Gasflaschen geht, dann wird das ganze Feuer ja in die Luft fliegen, Mann! Heftig! Schiffer, jetzt springt das so raus und Feuer kommt auch mit! Oh mein Gott! Dann wär unser Drohne auch kaputt! Ja, das stimmt! Wir müssen aufpassen, Ferry, Mann! Du hast komplett recht, ey! Aber hier, ich seh nur Benzintanks, Gastanks, Öltanks! Hier vorne ist ein Waggon auf den Gleisen! Ihr seht das! Das ist wie so eine Teststrecke! Ja! Heftig! Aber ich find die nicht! Aber krass, du hattest sowas von recht! Sie hat nämlich Ember Lumen gesehen! Wir sind geflogen und haben sie jetzt um 3 Uhr nachts gefunden! Um 3 Uhr nachts! Stell dir das mal vor! Leute! Krank, Mann! Props an Ferry, Mann! Lass mal ein Like da! Aber heftig, Mann! Die müssen hier sein! Wir haben sie gesehen! Die müssen irgendwo hier in diesem Gelände sein! Die Strecke ist auch gar nicht so lang! Du hast recht! Das heißt, die versteckt sich hier irgendwo hinter den Rohren oder unter dem Zug! Schau mal, ob wir unter dem Zug gucken können, Leute! Vielleicht finden wir hier irgendwas! Also ich seh noch nichts, Mann! Ich flieg nochmal ein bisschen tiefer! Das Wade! Das Wade! Das Wade! Das Wade! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Das ist das Wasser Wade! Der Wassertrocken! Wade, Mann! Was ging das? Ember und Wade! Ich sagte, wir werden jetzt Ember sehen! Aber... Oh mein Gott, Leute! Jetzt haben wir Wade und Ember gesehen, Mann! Aber warte mal! Feuer und Wasser! Das sind noch Gegensätze! Die zieht sich nicht an! Das stimmt! Oder sind das... Friends! Meinst du das? Wade ist hier Crush! Was ich mir gedacht hatte! Oh, ja! Das kann doch nicht sein! Meinst du das? Aber das passt nicht! Feuer und Wasser! Wasser löscht Feuer! Feuer, Mann! Du hast recht! Aber vielleicht steht deswegen das Feuer, also Ember, auf das Wasser, Mann! Deswegen ist Wade Embers Crush! Alter Leute! Ich check gar nichts mehr! Das ist viel zu krank! Leute! Wir schauen mal hier im Tunnel! Vielleicht sind die ja diesen Tunnel abgehauen und wollen ein bisschen Zweisamkeit! Oh mein Gott, da kommt ein Auto! Wahnsinn! Zwei Autos! Uh! Und das zweite Auto ist rot! Rot wie Ember! Das kann was sein! Und noch ein Auto! Oh mein Gott! So viele Autos! Würde jetzt ein blaues kommen, heißt das, sie würden hintereinander fahren? Ja! In Urlaub oder was? Das kann nicht sein! Vielleicht sind die verheiratet! Aber... Aber das passt nicht! Aber da war kein blaues Auto, Mann! Da war nur ein rotes Auto! Du hast recht! Das macht irgendwie gar keinen Sinn, Leute! Und hier auf der Gegenfahrbahn kommt kein einziges Auto! Zur Teufelsstunde um 3 Uhr nachts! Schau dir mal die Tunnel an! Heftig, man! Fliegen mal ein Stückchen weiter! Leute! Wir haben auf jeden Fall Ember, Lumen & Wade aus den Tunnel-Elementen gesehen! Es ist viel zu heftig, dass wir die gefunden haben! Und in dieser Nacht vor allem! Es ist stockdüster! Es ist Nebel! Es ist kalt! Aber... Mit Feuer kann nicht kalt sein! Ember wird immer warm sein, wenn ihr findes Feuer hört! Verschickt, ey! Wir suchen weiter, Mann! Ich will beide auf jeden Fall zusammen erwischen, Mann! Das wäre krass, wenn wir die zusammen erwischen! Das wäre... Dann könnte das heißen, bei denen läuft irgendwas, Mann! Das... Das kann leicht sein! Ich glaube es... Ich hab so ein bisschen Verdacht, dass da wirklich was ist! Meinst du, dass da... Das ist schon... Den knistert! So Funken! So Feuerfunken, Mann! Hier! Da vorne ist ein rotes Auto! Oh mein Gott! Siehst du das? Wir folgen dem, oder? Es ist doch richtig schnell unterwegs! Sollen wir dem folgen? Ja! Okay, Leute! Wir folgen dem Auto! Der bremst, deswegen ist er rot! Aber das Auto an sich ist weiß! Okay! Vielleicht sitzen da Ember und Wade drin und hauen gerade vor uns ab, Mann! Wenn die sich verfolgt fühlen! Ist das nicht ein BMW? Das ist ein BMW! Oh mein Gott! BMW! Alle Leute! BMW in die Kommentare! Wenn ihr BMWs so feiert wie Perry? Ja! Und wer es weiß, der ist richtig geil! Das stimmt! Sagt das mal! Schau mal! Von wie im GTA verfolgen wir den so! Unge Perspektive! Soll ich mal ein bisschen tiefer fliegen? Nein! Sollen wir mal ins Fen... In die Rückscheibe gucken, ob der immer drin ist? Ja! Das fern wir! Okay! Guck mal! Der fährt echt nur im Kreis! Der ist abgebogen! Rechts, rechts, rechts! Vielleicht mal ablenken oder so! Oh mein Gott! Du hast recht! Die wollen, dass wir unsere Zeit verschwenden! Unsere Batterie von der Drohne verschwenden! Deswegen! Das ist ein Ablenkungsmanöver! Das fällt die ganze Zeit im Kreis! Leute! Wir sind drauf reingefallen! Warum sind wir so blöd? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast recht! Ich will trotzdem einmal reingucken, wer da drin sitzt! Das kann doch nicht sein! Guck mal! Der bremst die ganze Zeit! Der will uns ausbremsen! Das ist... Da ist irgendetwas fix! OMG! Guck mal! Ich flieg mal drüber! Wir können hier zum Glück das Licht anmachen! Aber... Da ist niemand, oder? Es wird immer wieder schneller und dann... Kremst du ab, ne? Und dann kommt wieder das rote Licht und so! Schauen wir mal rein! Vielleicht können wir oben... Guck, ich habe das Licht angemacht, Freunde! Jetzt fällt der wieder auf der gleichen Straße! Auf der Straße ist es doch losgefahren! Ey, Leute! Warum fährt der denn viermal im Kreis so? Ich fliege aber alle! Okay, der will uns abhängen! Der will uns abhängen! Das war ein Ablenkungsmanöver, Mann! Das stimmt! Amber, Lumen und Wade, die haben uns richtig genutzt, Leute! Das ist noch ein Auto! Okay, wir folgen dem Auto! Was meinst du? Stell dir vor, das ist auch ein Ablenkungsmanöver! Meinst du? Das kann vielleicht sein! Ich folge dem nicht, Mann! Wir lassen uns nicht noch mal verarschen! Wir sind nämlich nicht dumm! Auch wenn wir Brillen tragen, Leute! Deswegen sind wir schlau! Guck mal hier! Das sieht doch aus, als könnten die hier chillen! Das ist der Hauptkraft hier! Weißt du was ich meine? Guck mal, als hier rumsteht! So gabelschlau... Du hast recht! Blaues Auto, mein gutes Zeichen! Das ist Wade! Warte mal! Ist da nicht vorhin ein rotes Auto gefahren? Warte, warte! Ich fliege mal um das Gebäude rum! Vielleicht finden wir da noch ein rotes Auto irgendwo! Siehst du eins? Nein! Okay, wir wissen auf jeden Fall, da auf dem Parkplatz ist ein blaues Auto, Leute! Das könnte auf jeden Fall das Auto von Wade sein! Das Amber-Auto ist vorgefahren! Vielleicht... Was sind die doch? Vielleicht hassen die sich! Ich weiß, es ist gar kein Pärchen, Mann! Vielleicht haben die gerade Break-up gemacht, Mann! Was habt ihr im Verdacht? Scheiße, das wird gerne missen, Mann! Könnte auch sein, dass sie sich natürlich getrennt haben! Das kann sein! Okay, wir fliegen jetzt hier mal näher! Weil vorhin waren sie auf einem Platz zusammen! Du hast recht, und jetzt sind sie weg! Aber ich sehe, da ist ein rotes Motorrad! Denkst du, Amber fährt ein Torrad? Ja! Ich kann nicht mehr! Amber und Wade zusammen! Amber look, man! Jetzt haben wir sie beide zusammen! Die sind ein Couple! Die sind Fix Couple! Crush, Mann! Richtiges Crush bei denen! Oh mein Gott! Ich kam heute Nacht nicht mehr schlafen! Das ist Teufelstunde! Wo sind die hin? Und die verschwinden immer, Mann! Zack! Wahrscheinlich so... Wade löscht das Feuer! Wade löscht Amber! Dann sind die weg! Dann kommt Amber irgendwo wieder raus! Und dann... Oh mein Gott! Deswegen ist auch so viel Nebel hier in der Stadt! Die machen so viel Hitze! Und löschen das Feuer! Das Dampfen steht, Kondens... Das ergibt alles irgendwie ein bisschen Sinn! Macht Sinn hier bei Cayman und Flex, oder? Cayman und Ferry, Leute, am Start! Lasst ein Like, abonniert den Kanal! Abonnieren ist... Was ist denn los, Alter? Fliegen wir mal hier zu deinem Autohändler des Vertrauens, Mann! Da ist auch ein blaues Auto drin, siehst du das? Oh mein Gott, ja! Oh, 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 oh! Ich hätte die Drohne fast gecrasht, Leute! Oh, heftig, Mann! Wir fliegen näher, weil da sind zwei blaue Autos, kann ich erkennen! Aber pass jetzt auf, drei! Drei Autos, aber da ist keiner! Drei Autos! Aber keins ist für dich dabei, oder? Keins befällt dir! Okay, wir fliegen weiter! Wir haben keinen Weight gesehen! Ich seh keinen Weight, wenn ihr keinen Weight seht! Cayman, Cayman, flieg mal da rüber! Zu den Lichtern, da! Wie? Ja, genau! OMG, okay, du hast recht! Alter, weißt du, wie das aussieht? Wow! Richtig schön, sag mal! Das ist richtig cool! Und da ist wieder ein BMW, oder nicht? Nein! Doch, oder? Ist das ein BMW? Das weiß ich nicht! Das kann ich jetzt nicht! Wir sind zu weit weg, oder? Aber Leute, ich glaub das ist ein BMW! Deine Lieblingsmarke, Leute! Wenn es ein BMW ist, dann perfekt! Oh mein Gott, Leute! Amber! Amber! Amber kam hinter den BMW hervor! Du hast recht, ich fährt BMW! Oh mein Gott! Weißt du was? Warum erschrecken sie uns so oft? Wenn die hier bei diesem Kino ist mit den Lichtern, lasst uns doch hingehen! Feuerlöscher mitnehmen und sie löschen! Ja, machen wir! Wie sollen wir das machen? Ja! Leute, ihr kommt jetzt mit! Wie geht's? Everyone wait, auf geht's! Los geht's!